Seit Jahren bekämpfen sich die zwei großen Weltwirtschaften, nämlich USA und China, nicht auf dem Kampffeld, sondern auf dem Wirtschaftsfeld. Dies geschieht insbesondere durch Zölle, durch Verbote, durch Abgaben, durch Kontrolle. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass die Aktienmärkte, insbesondere in den USA, immer neue Rekorde erklimmen. Und viele fragen sich daher natürlich, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Soll man jetzt vielleicht auch chinesische Aktien kaufen? Wie geht es dort mit der Politik weiter? Und welche Pläne verfolgt eigentlich China mit der USA? Und wie wird es genau umgesetzt? All das jetzt in diesem Beitrag. Die US-Mexikanische Grenze ist das größte Thema im Vorfeld der US-Wahlen 2024. Während Republikaner und Demokraten über Millionen illegaler Einwanderer, die in die USA kommen, streiten, arbeitet China stillschweigend im Hintergrund in Mexiko und legt den Grundstein für einen neuen Plan, der die gesamte Zukunft der Geopolitik und unserer globalen Wirtschaft verändern wird. Aber warum ist China in Mexiko? Und was sind Chinas wahre Absichten entlang der umstrittenen US-Mexikanischen Grenze? Um diese Frage zu beantworten, sollten wir zuerst diskutieren, wie die USA in den letzten Jahren aktiv versucht haben, Chinas Wachstum zu kontrollieren. Im Jahr 2018 startete Präsident Donald Trump einen Handelskrieg mit China, indem er hohe Zölle auf milliardenschwere chinesische Importe erhob. Diese Zölle schadeten China weniger als dem durchschnittlichen amerikanischen Verbraucher, der mehr für die benötigten Produkte bezahlen musste. Viele Amerikaner hofften, dass Joe Biden diesen Trend umkehren, den Handelskrieg beenden und die Beziehungen zu den USA verbessern würde, als er gewählt wurde. Aber Joe Biden tat genau das Gegenteil. Er verdoppelte die Bemühungen, Amerikas, China zu kontrollieren, indem er das US-Mexiko-Kanada-Abkommen, USMCA, durchsetzte. Dieser protektionistische Handelsblock legt fest, dass der Handel zwischen diesen drei Ländern zoll- und abgabenfrei ist, solange die gehandelten Waren in Nordamerika hergestellt werden. Insbesondere muss ein bestimmter Prozentsatz jedes Produkts aus Nordamerika stammen. Zum Beispiel müssen 75 Prozent eines Fahrzeugs in einem dieser drei Länder gebaut werden. Andernfalls drohen Importzölle. Und nun, an der mexikanischen Grenze, gehen chinesische multinationale Unternehmen Partnerschaften mit lokalen mexikanischen Unternehmen ein, um genau diese Zölle zu umgehen. Berühmte chinesische Unternehmen wie der Elektronikhersteller Hisense sowie der Telekommunikationsriese Huawei haben bereits südlich der US-Grenze Niederlassungen errichtet. Der nördliche mexikanische Bundesstaat Nuevo Leon ist zu einem Zentrum dafür geworden und in der Hauptstadt des Bundesstaates, Monterrey, haben Dutzende chinesischer Unternehmen investiert und Fabriken sowie ein neues chinesisch-mexikanisches Projekt namens Whole Fusan Industrie Park gebaut. Das 1,2 Milliarden Dollar teure Projekt begann 2017 als gemeinsame Anstrengung zwischen chinesischen Unternehmen und lokalen mexikanischen Partnern. Dieser Park wird schnell zu einem Produktionszentrum für Solarmodul, Leuchten, Elektronik, Autoteile und mechanische Ausrüstung. Bei Fertigstellung wird der Whole Fusan Industrie Park ein Raster von Lagerhäusern und Fabriken sein, ergänzt durch Hotels, Restaurants, temporäre Wohnungen für besuchende Manager sowie mehr als 12.000 Wohnungen für Arbeiter. Indem in diesem mexikanischen Industrie Park produziert wird, werden die Waren, die diese chinesischen Unternehmen herstellen, nun innerhalb dieses lukrativen Handelsblocks hergestellt, was chinesischen Unternehmen im Ergebnis einen zollfreien Handel mit den Vereinigten Staaten ermöglicht. Seht ihr, die Chinesen sind nicht dumm und haben erneut einen Weg gefunden, US-Zölle und Sanktionen zu umgehen. Die Chinesen sagten einfach, Kein Problem, wenn ihr Zölle auf chinesische Waren erheben wollt, versenden wir die Teile erst nach Mexiko und bauen unsere Sachen dort statt in China. Die einfache Wahrheit ist, dass trotz aller Spannungen zwischen den USA und China Unternehmen und Verbraucher aus beiden Ländern weiterhin Geschäfte miteinander machen wollen. Die Vereinigten Staaten sind die größte Volkswirtschaft der Welt und ein unglaublich lukrativer Markt für chinesische Hersteller. Der überwiegenden Mehrheit der amerikanischen Verbraucher ist es egal, wo die Produkte herkommen. Sie wollen einfach die beste Qualität zum besten Preis.